Wenn dir etwas Schreckliches widerfährt, solltest du es niemals vergessen. Denn wenn du es vergisst, könntest du wieder hineingeraten. Das liegt vor allem daran, dass wir unseren Kindern und den Menschen in der Welt nicht beigebracht haben, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen können. Dann schmerzt alles. Meine nächste Frage an dich, Satguru, lautet Wenn jemand etwas Schlimmes passiert ist und wir wissen, dass es immer auf seinem Gewissen lastet. Sie denken sehr oft darüber nach, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem sie bereit sind, es loszulassen. Sie wollen die Vergangenheit nicht loslassen, weil sie sich schuldig fühlen, sie loszulassen. Warum ist das so? Und wie können wir diese Schuldgefühle loswerden? Wenn ein Mädchen sexuell bisbraucht wird und schließlich einen Punkt erreicht, an dem sie bereit ist, dies zu überwinden, sich aber schuldig fühlt, es loszulassen, weil sie sehr, sehr lange belastet hat. Und nicht nur sie, sondern auch die Menschen um sie herum. Ist es also richtig, es an diesem Punkt loszulassen, oder wie geht man mit einer solchen Situation um? Schau, ich glaube, dieser Konflikt entspringt dem Missverständnis, dass etwas Unangenehmes oder Schreckliches, dem man in seinem Leben begegnet, einfach jedem kann das widerfahren, auf so viele verschiedene Arten, Wenn es passiert, denken die Menschen, dass sie es vergessen müssen. Nein, du solltest es nie vergessen. Wenn dir etwas Schreckliches widerfährt, solltest du es niemals vergessen. Denn wenn du es vergisst, könntest du wieder hineingeraten. Aber wir müssen den Unterschied zwischen dem, was Erinnerung ist, und dem, was Leben ist, kennen. Du lebst. Die Erinnerung ist eine tote Erinnerung. Du solltest sie als Weisheit nutzen, damit dir solche Dinge in deinem Leben nicht mehr passieren. Aber es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen immer noch unter dem leiden, was vor zehn Jahren passiert ist. Was auch immer übermorgen passieren mag, erleiden sie bereits. Ja oder nein? Was vor zehn Jahren oder sogar vor zehn Tagen geschehen ist, existiert jetzt nicht. Oder doch? Oder doch? Nein. Was übermorgen passieren kann, existiert jetzt noch nicht. Oder doch? Nein. Du leidest also im Grunde an etwas, das nicht existiert. Wie viele von euch sind Psychologiestudenten? Gibt es einen medizinischen Begriff für diese Menschen, die unter etwas leiden, das nicht existiert? Nein, nein, sage es ihnen bitte nicht. Sie werden darunter leiden. Wenn du etwas erleidest, das nicht existiert, bedeutet das, auf einer gewissen Ebene, Wahnsinn, nicht wahr? Das mag für dich jetzt sehr grausam klingen, wenn ich das sage, denn, oh, ich habe meine Schmerzen. Siehst du, du trägst deine Schmerzen wie ein Abzeichen. Komm, tu das nicht. Wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, wenn uns etwas verletzt, können wir entweder weise oder verwundet werden. Das ist eine Wahl, die wir haben. Entweder wir werden weise damit oder wir werden verwundet damit. Wie wir bereits festgestellt haben, ist das Leben nur eine bestimmte Menge an Zeit. Sie tickt. Während du hier sitzt, bist du dem Grab eine Stunde näher gekommen, seit du hierher gekommen bist. Ja oder nein? Ja, so ist es. Sie verrinnt für alle von uns. Wo bleibt da die Zeit, jede Erfahrung wie eine Wunde zu tragen? Nein. Das muss zu einer Weisheit werden. Wenn dir schreckliche Dinge widerfahren, musst du weiser werden als andere, früher als andere, nicht wahr? Ja, aber leider entscheiden sich die meisten Menschen dafür, verwundet zu werden. Ganz einfach, weil wir in unseren Bildungssystemen nicht im Hinblick auf die Natur des menschlichen Verstandes getan haben. Wir sind damit beschäftigt, Frösche und Kakerlaken und Bäume und Chemie und Physik und Planeten und alles Mögliche zu studieren. Keine Aufmerksamkeit für die Natur von diesem. Wir wissen also nicht, wie wir unsere Fähigkeiten nutzen können. Die größte Fähigkeit, die du jetzt als Mensch hast, ist, dass du ein lebhaftes Erinnerungsvermögen hast. Alles, was passiert ist, kannst du dir merken, als ob es gerade jetzt lebendig wäre. Ja, hier gibt es einen Speicher, ein Archiv in deinem Kopf, das dir das ganze Video wiedergeben kann, wenn du willst. Aber das ist zu einem Problem geworden. Du hast angefangen, unter alten Filmen zu leiden. Und es gibt eine fantastische Vorstellungskraft, sodass du bereits an einem Morgen leidest, die er noch vor dir liegt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir unseren Kindern und den Menschen in der Welt nicht beigebracht haben, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen, wie wir unsere Erinnerung nutzen, wie wir unsere Vorstellungskraft nutzen, wie wir das Leben jetzt erfahren, wie wir die jetzige Erfahrung schärfen. Dein ganzes Leben spielt sich zwischen diesen drei Dimensionen ab. Erinnerung, gegenwärtige Erfahrung und Vorstellung. Das ist dein Leben, nicht wahr? Das sind die drei Dimensionen. Wir nennen sie Trikala. Drei Dimensionen der Zeit. All diese Lebenserfahrung findet hier statt. Aber wenn du die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verlierst, dann schmerzt alles. Aber nicht allen ist Schreckliches passiert. Leider ist das bei einigen wenigen Menschen der Fall. Der Rest der Menschen leidet einfach an etwas, nicht wahr? Weil es in Mode ist, zu leiden. Die Menschen denken, wenn sie leiden, sind sie sehr intellektuell. Sie sind sehr tiefgründig. Nein. Das ist einfach dumm. Denn du leidest an etwas, das nicht existiert. Du leidest nicht an dem, was jetzt gerade passiert. Du leidest unter dem, was gestern passiert ist. Und du leidest bereits an etwas, das vielleicht morgen passiert. Dieser Wahnsinn hat also zugenommen, weil wir den Menschen nie beigebracht haben, wie sie ihre Fähigkeiten nutzen können. Stimmst du mir zu, dass diese menschliche Maschine, die du trägst und die ich trage, die höchst entwickelte Maschine auf dem Planeten ist? Hallo. Hast du die Gebrauchsanweisung gelesen? Die Gebrauchsanweisung, hast du sie gelesen? Nein. Wann wirst du sie lesen? Am letzten Tag? Wenn du ein Telefon bekommst, wenn du ein Telefon kaufst, solltest du die Gebrauchsanweisung in den ersten drei Tagen lesen oder erst nach drei Jahren, wenn du das Telefon wegwirfst. So früh wie möglich, nicht wahr? Innerhalb des ersten Tages musst du sie lesen. Nur dann kannst du das Telefon gut benutzen. Das Gleiche gilt für das hier. Wenn du die Natur dessen, was es ist, nicht verstehst, wie willst du es dann nutzen? Es verzehrt dich. Deine eigene Intelligenz verzehrt dich. Du kannst es Stress, Angst, Schmerz, Leiden oder was auch immer nennen. Im Grunde genommen hat sich deine Intelligenz gegen dich gewendet. Das ist die ganze Realität. Wenn deine Intelligenz für dich arbeiten und Anweisungen von dir entgegennehmen würde, würdest du dich selbst glückselig halten, nicht wahr? Hallo? Deine Intelligenz hat sich gegen dich gewandt. Warum hat sich deine Intelligenz gegen dich gewandt? Darauf solltest du schauen. Nicht darauf, dass wir diese Dinge, die passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen, als Abzeichen in unserem Leben tragen. Das könnte viele Frauen gegen mich aufbringen. Wenn ich gegen euch wäre, wäre ich nicht hier. Ja? Ja. 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 Ja.